Na Poundㅋㅋㅋ Ja, zueh ich komme jetzta Ja... die Waffe eines Jediritters Dem Schwert eines Vaters sehr ähnlich Dir müsste aber klar sein, dass dein Vater niemals der dunklen Seite der Macht entsagen wird, so wie es dir einst ergeht. Aber wo das passiert ist, kann doch keiner auch keiner sagen. Wo das passiert ist, kann doch auch keiner sagen, aber vielleicht ist der, der Post. Weil, Marzal, aber schau dir in die Mitte, ja, und ich starte zu schauen und rein hier. Die Leute, und dann postet ihr hier vorbei, dann hast du was angegriffen. Schau dir in die Mitte, ja. Schau dir in die Mitte.